Nutzen Sie soziale Medien, wenn ja, für welche Themen? Also ich nutze nur das Internet. Kein Facebook, kein Twitter. Nein, mache ich überhaupt nicht. Also Facebook und diese Sachen überhaupt nicht, nein. Soziale Medien nutze ich üblicherweise für berufliche Netzwerkplanung und Kontaktpflege. Also wenn ich so wissenschaftlich oder so, ist es meistens dieses Wikipedia, was ich halt nutze, wenn das jetzt unter soziales Netzwerk fallen sollte, ist ja, wie wir heute gelernt haben, Definitionsfrage. Da gucke ich halt nach. Ich muss sagen, ich habe immer noch Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und nutze so viele Medien auch. Und diese elektronischen Medien nutze ich gar nicht. Sind Sie dafür, dass man den Netzzugang als Grundrecht erklärt? Das finde ich sehr gut, ja. Wie in Estland, ja. Ja, denke ich schon. Gehört dazu, ist recht günstig, denke ich. Und so hat jeder freien Zugang zu Informationen und kann sich quasi mit dem Grundlegen wissen, was jeder so braucht. In der Demokratie zu handeln, dass sich das aneignen. Vielleicht bin ich nicht genügend informiert darüber, aber ich finde, es sollte schon so offen sein dafür. Kann man gerne machen. Ist meines Erachtens nach bisher über die allgemeine Handlungsfreiheit Artikel 2.1 Grundgesetzprinzip erfasst, sodass es für meine Würfe darunter fällt und man sollte das Grundgesetz so knapp wie möglich halten und ist meines Erachtens daran umfasst, sodass man es nicht extra zu erklären braucht. Okay. Dankeschön. Bitte sehr. Danke.